Mein Name ist Timon Kuchel. Ich darf seit kurzem, um genau zu sein, seit Januar 2020 das Projekt Rad auf Rädern als Projektmitarbeiter gestalten. Bei Rad auf Rädern geht es darum, Menschen zu erreichen, die sonst verloren gehen würden. Menschen, die in Not sind, Menschen, die in Armut sind, die vielleicht durch gesundheitliche Einschränkungen isoliert sind und die sonst verloren gehen würden, weil die Hilfezentren so weit weg sind, dass sie nicht erreicht werden können. Und mit Rad auf Rädern wollen wir diese Hilfe zu den Menschen bringen und dieser Satz, niemand soll verloren gehen, war schlussendlich auch der, der mich bewegt hat, diese Stelle anzunehmen oder mich auf diese Stelle zu bewerben, an dem Vorbild von Jesus Christus, weil auch er auf alle Menschen zugegangen ist und die Liebe, die Botschaft von seiner Person zu allen Menschen gebracht hat und allen Menschen geholfen hat. Und so ist es mir heute ein Anliegen und so suchen wir auch ehrenamtliche Leute, Menschen, denen es ein Anliegen ist, diese Botschaft und einfach Hilfe zu Menschen zu bringen, die Hilfe brauchen.